Es ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es ist nicht dein fucking Ernst. Weg hier. Inventar voll. Okay, dann müssen wir search zurück, aber die... Ich habe gar keine Boje dabei. Nein, ich habe keine Boje dabei. Ich bin so doof. Finden wir das wieder? Bestimmt. Inventar ist voll. Ich habe so Angst, dass der uns irgendwie trifft und hier rauszieht, aber wir haben noch mal Glück gehabt. So, jetzt bitte kein Reaper oder irgendwie so einen anderen Scheiß. Auf einmal einen auftauchenden Rettungssprung hier so. Und dann schnell zurück zur Basis. Wir haben ja auch hier eine Frachtluge, aber ich vergesse ich immer total. Dann machen wir auch zwei, drei Bojen rein. Ehrlich? Ist das jetzt genau Richtung Norden? Sind wir hier Süd? Echt genau noch Süden? Okay. Okay. Alles klar. Das stimmt doch gar nicht. Alphabase, woher wird denn gerade hingesteuert? Outpost Beta. Bei Beta. Bei Beta vielleicht. Gamma. Beta. Alphabase. Ähm. Wir parken mal kurz hier. Einfach, weil wir es können und Spaß macht's. Mal durchjumpen. Unsere Materialien einladen. So, hier. Mal hier. Sehr schön. Hier machen wir doch die teuren Sachen rein, die billigen auf der anderen Seite. Blei machen wir auch rein. Blei. Gras. 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 Mann. Was ist denn los heute? Blei. Glas. Gold. Alles klar. Das kommt dann hier rein. Also Kupfer haben wir jetzt genügend. Das machen wir in einen anderen Schrank. Quarz. Wollen wir mal Glas herzuschneiden. Und Titan. Silber Orts. Machen wir hier rein. Nehmen wir das auch mal raus. Können wir eigentlich auch hier das Blei rausnehmen oder? Wenn wir schon dabei sind. Passt es hier noch rein? Passt alles. Sehr schön. Jetzt zerlegen wir noch unseren Metallschrott. So. Legst du jetzt bitte den Metallschrott an, ja? Und nochmal. Einmal 8 Titanen. Sehr schön. Sehr gut. Das brauchen wir später. Wenn wir unsere Außenposten bauen wollen. Wir können es ja gleich mitnehmen. Können wir an der Stelle noch einen Außenposten bauen. Gute Idee. So. Eine sehr gute Idee. Gut. Dann schauen wir mal. Was brauchen wir denn? Ähm. Fangen wir mal an. Ich brauche den Scannerraum. Das heißt wir brauchen 5 Titanen, 2 Kupferorts und 1 Gold. 5 Titanen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß es war total unnötig. 2 Kupferorts. 2 Kupferorts. Und 1 Gold war das. So. Damit sei es richtig. Wie habt ihr gesagt? Und Tischkorallerprobe. Die haben wir. Da hinten. Wenn mich nicht alles täuscht. Muss ich hier sein. Tischkorallerprobe. Eine. Sehr gut. Dann brauchen wir. Titan und Blei. Jeweils zweimal. Und Quarz und Titanen. Also wir brauchen nochmal 2, 4 Titanen. Haben wir hier noch irgendwie Blei oder sowas? Und Silberarzt, Gold. Quecksilber, Diamanten. Also die nehmen wir natürlich wieder mit. Ganz klar. Ähm. Blei. Und 2. Kommen wir nehmen mal 4 Blei mit. Und wir haben kein Lithium mehr. Verdammte Kacke. Wir haben kein Lithium mehr. Verdammte Kacke. So. Titanen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quarz noch. Haben wir noch was vergessen? Blei. Quarz. Glas. Glas brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben noch eine Luke machen. Wir haben noch eine Plattform machen. Wir haben noch einen Scannerraum drauf machen. Und so. Wasser brauchen wir 3. Titanen. 3 oder 2. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4. Nehmen wir alle 5 mit. Dann soll es eigentlich passen. Gut. Laden wir mal ein. So. Wir haben hier jede Menge Titanen hier. Aber verbauen wir natürlich auch was. Wahrscheinlich nicht alles. Scannerraum Erwanderungschip. Ja. Das war glaube ich diese Fallentscheidung von mir. Tick-Tacken und Play. Dann machen wir hier das rein und das rein. So. Etienne Pro machen wir eigentlich nicht. So. Den Scanner chip legen wir mal ganz hinten rein. So. Die Tischkoralle Probe machen wir hier rein. Die zwei Batterien setzen wir ein. Wieso ist da alles zu? So. So. Akku rein hier. So. Wie sieht es jetzt aus? Beinahe. 100% immer g. Sehr schön. Aber hier drum können wir hier auf der anderen Seite bauen. Schauen wir mal ganz kurz nach. Aber machen wir glaube ich jedes Mal. Aber ich muss das einfach machen. Kupferdrahten. Cyclobsonar. Bestandteile unbekannt. Unbekannt. In Zool. Ja, das kann man jetzt glaube ich alles herstellen. Rubin 3. Jawohl. Mit dem Glück habe ich die Rubin mitgenommen. Wir brauchen an der Stelle unbedingt einen Außenposten. Auch wenn da dieser Kackvogel hier ist. Wie heißt er denn? Unser Warper. Wir müssen da hin. So. Asinktitan haben wir jetzt genug. Blei haben wir auch. Kupfer. Und nicht viel. Ja komm. Für den Außenpushen müsste es reichen. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das Seemot hier ab. So. Kann ich die eigentlich hier reparieren? Das probiere ich jetzt mal. Reparaturwerkzeug. Alle Systemen online. Nein. Ich entschuldige mich für dieses hektische Geklicke. Ich werde wieder ruhiger. Ich werde nicht mehr ganz nervös. Ich möchte dir ja was tolles zeigen. So. Reparier das Ding jetzt. Okay. So. 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 Repariert. Danke. Jetzt bitte in aller Ruhe einstehen. Gut. Da. So. 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 Und jetzt geht's los. Engine powering up. Wie kann ich hier Kameras so, ne? Was ist denn das hier? Wow. Sieht aus wie Schwimmer, ne? Ja? Ja, warte mal ganz kurz. Jetzt. Also hier ist nicht tief genug für uns, deswegen soll ich ein bisschen vorsichtig sein, wo wir hingehen. Ich glaube, wir parken noch mal ganz kurz hier. Ja. Sonst wird das alles zu, wie soll ich sagen, das ist kein Strandfahrzeug. Das ist für etwas tiefere Gewässer gedacht. 30 Prozent. Nehmen wir nicht mit. Egal. So, hier möchte ich hin. Jetzt aber ein großer Sprung für die Menschheit. Ein noch viel größer. Ich schaff's nicht. Ich krieg die Krise. Klubschi, hilf mir mal. Komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich echt bescheuert gebaut, ehrlich. So, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Reicht nicht. Fünf, sechs. Njam, njam. Reicht aus. Jetzt habe ich das immer noch nicht. Ich bin so doof. War auch unnötig jetzt. Mann, ich muss mich echt besser konzentrieren. Ich mache so viel unnötigen Scheiß. Da möchte ich mal hin. 200 Meter. Da gehen wir jetzt hin. Ich möchte nämlich noch ein Medikit abholen, wenn es schon eins gratis gibt. Die Signale, die geben wir auch später mal wieder nach. So, hier gibt es Medikit, danke. Haben wir hier was drin? Nein, ich nix. Ist ja klar. Brauchen wir ja auch nix mehr. So, raus. Oh, 20% Energie. Das ist auch kacke. Na gut, reicht. Reicht das mal. Wir könnten uns einen Zyklok und so eine Batterieladestation anbringen hier, oder? Wollen wir wahrscheinlich nicht gegen die Materialien drehen. Egal. Jetzt geht es auch schon mal los. So. Los geht die wilde Fahrt. Wir müssen Richtung... Welche Richtung war denn das jetzt noch mal? Ich gehe genau in die gegengesetzte Richtung. Also. Ich mache hier alles falsch. Das würde ich wahrscheinlich nie finden jetzt. So, doch die Richtung da dran vorbei. So war das nämlich. Wirklich? Wirklich. Hurklich? Ich gehe heute so aus. Bis jetzt laufen wir noch nicht auf, aber wir sind wahrscheinlich kurz davor Müssen wir hier durch irgendwie, das reicht auch nicht Verdammt, müssen wir echt So Au au Ne, durft nix passieren dann musst du jetzt hier irgendwo kommen habe ich zumindest gemeint und farben her in die richtung jetzt eigentlich aus mich hinter uns gelassen das finden wir noch mal sonst gehe ich gleich mit der seemotte noch mal auf den weg dann finden wir es auf jeden fall waren wir hier schon drin verschlossen schauen wir später das war jetzt schon wieder das war ich ja das war in die richtung blutwald wo bist du blutwald wir haben doch die ja schon kackpratzen viecher wieder das könnte doch hier gewesen sein blutwald habe ich gemeint waren ungefähr 1000 meter weg und das kenne ich da sind diese viele schwimmer sieht total cool aus okay 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 leute 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 war jetzt nicht so wirklich aufregend gerade wir suchen den platz wieder ich hoffe ich finde ihn nochmal doch so genau das müsste doch ungefähr hinkommen ich will jetzt nicht zum blutwald ganz klar möchte ich nicht aber ich möchte die stelle wieder finden die muss hier irgendwo sein ich habe zumindest gemeint dass die hier irgendwo sein muss ich bin echt so doof jetzt jetzt sind wir noch zu nah 800 meter das gibt's doch nicht finde ich das jetzt echt nicht mehr wenigstens drauf Okay, ich parke jetzt einfach mal hier. Nicht wirklich so der, jetzt sind wir bald beim Blutwein, da wollte ich nicht hin. Ich dachte, das wäre hier. Ist es aber nicht. Au, 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 ja, ja, alles gut. Alles gut, mehr oder weniger alles gut. Oder ist es doch hier? Wir haben zumindest mal einen Warper gefunden. Möchtet ihr was von uns? Weh, der zieht uns hier auch raus. Warum steht er zu dreck? Uh... Warning, creature attack. Lannin flagged to emergency speed. Warning, vessel temperature. Excessive noise. Engine overhead standard. Warning. Excessive noise detected. Ich brauche dringend Schildmodule und so weiter. Ja, ganz toll. Wir saufen ab. Reparaturwerkzeug habe ich. Dann Schaden. Kann ich nicht von innen machen, ne? Muss ich raus. Okay, cool.